Damit herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division. Ich habe zwischendrin ein paar kleine Nebenmissionen gemacht, also nichts Großes, immer nur so ganz kleine. Und habe da natürlich auch gerade den Virenbericht gefunden. War ganz informativ mal, dass die Viren sich halt weiterentwickeln. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Munition. Wir sind immer vorsichtig. Damit wir nämlich hier den Tech-Flügel und den Sicherheitsflügel mal aufstocken können, werden wir jetzt einfach mal eine Mission machen. Sie töten alles und jeden. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihnen eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Das ist ja gerade mit der Gruppensuche ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe ja auch eben gerade erst gesehen, die Mission ist für Level 5. Naja gut, wenn wir 9 sind, ist natürlich schon ein bisschen arg einfach dann. Naja, laufen wir da eben alleine rein. Ne, nicht schon wieder, genau. Wir begeben uns jetzt zum Lincoln-Tunnel. Oh, nichts anderes. Aber dass die einen da trotzdem rausschmeißen oder die haben jemand Bestimmtes erwartet, kann natürlich auch sein. Wo ist denn hier der Eingang? Ah ja. Auch nicht. Nachher gedacht aber. Ja, Schwierigkeitsgrad. Machen wir mal schwer. So, schnelle Spielersuche. Herzlich Willkommen zurück. So, wir haben es jetzt endlich geschafft, nach mehreren Anläufen in diese olle Gruppe reinzukommen. Die grünen aber raus, die Jungs. Sehr schön, sehr schön. Bah, ey. Da kommen. Puh. Na, das war ja schon mal ein Akt. Der erste Scharfschütze ist weg. Zweite auch. Boah, ey. Ja, geh halt nicht in Deckung. Oh. Sehr schön. Oh, Munition. Herrlich. Herrlich. Ah. Eine Waffenkiste. Ein schwerer Schutzschoner. Jo. Käpt'n, Sie wollen den Tunnel stürmen. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Oh Gott. Die sind wie ein Heuschreckenschwarm. Lass sie nicht durchbrechen. Ja, wo bleiben sie? Ich sehe nichts. Ne. Die erörte doch nicht zusammen. Halt da! So, jetzt können wir arbeiten. Ja, ja, ja. Ich sehe nichts. Und, und, und? Naja, ich hab überhaupt nicht gekrocken. Ah, noch einer. 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 Und, Treffer, komm. Schön. Ui, wie viele kommen denn da noch? Ah, noch einer. 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 Pardon. Aber das musste jetzt gerade sein. Ich hab keine Lust, das Spiel hier doppelt und dreifach zu hören. So, erst mal den Loot hier einsacken. Ach, die beiden werden schon auseinandergenommen, oder was? Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Achten Sie auf Rikers. Ich entschärfe das Ding. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. So, da bin ich mal jetzt gespannt. So. Ah, Mist. Ah, ah. So, der ist weg. Ich werde eine Minute dafür brauchen. Puh. Das ist ja schon ganz ordentlich. Schätze, noch 30 Sekunden. Sehr schön. Die soll zu haben. Noch 20 Sekunden. Ein bisschen schneller. Komm. Gib mir noch 10 Sekunden. Endlich mal fertig. Komm ran jetzt hier. Und den Tunnel säubern. Kommt das nächste Mal etwas früher. Da ist alles sauber, Jungs. Gut, dass wir bei uns sind. Wollt ihr mich verraschen? Kommt das mal. Ja, wir sind es noch. Wollt ihr mich verraschen? Klappt ja ganz gut. Ach Mist. Die muss man nochmal abschießen. Ich dachte, das ist eine normale Haftgranate. Ja, nix. So, hier ist kein Loot. Ach, mit Benitez nochmal treffen. Okay. Schnellen Flau schalten. Ah, jetzt kann man hier weiter. Okay. War der Gedanke ja schon richtig. Oh, kein Luf. Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Es steht uns ein höllischer Kampf bevor. Hören Sie. Gehen Sie ruhig weiter, den Helden. Hören Sie. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Oh, freien mich hier. Was sind die schlechten Nachrichten. Why? www.da-da-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee So, einmal nachladen. Hei, hei, hei. So, der ist weg. Na, ob wir vielleicht nach oben kommen. So, der ist weg. 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 Ja, komm, komm, komm. Hab ich ja ruhig. Reicht jetzt langsam hier. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Den Anführer ausschalten, na toll. Not done. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Den Anführer ist ein Scharfschütz. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Da, da.